Da die Ärzte mir eben nur noch zwei Jahre gegeben haben und dann dachte ich, das kann nicht dein Ende sein. Scheiß auf alles, mach jetzt das, was du willst. Ich habe tatsächlich mit meinen Eltern meine Beerdigung sozusagen geplant und der Kleine, ja, er sagt immer wieder, hey Jackie, kannst nicht einfach sterben und wieder auf die Welt kommen, dass du einfach wieder gesund bist. Mein Name ist Jacqueline, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Balingen und bin aktuell Social-Media-Managerin, bin selbstständig und ja, im Mai 2019 wurde bei mir die ALS diagnostiziert. Also mein Alltag ist immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem wie die Nacht war, denn durch meine Krankheit habe ich ziemlich schlaflose Nächte, ich schlafe keine Stunde mehr am Stück. Im Alltag hilft mir meine Oma und meine Mama aktuell. Ich brauche im Alltag schon Hilfe, gerade wenn es ans Flaschenöffnen geht oder auch beim Kochen, Nudelwasser zum Beispiel, kann ich nicht selber auf den Herd stellen. Ich habe zum Beispiel Probleme beim Haare waschen, aber selbst das versuche ich noch alleine zu machen. An schlechten Tagen muss man sie mir zum Beispiel waschen. Ich zeige euch meine größte Leidenschaft, das Backen und dann gehen wir anschließend zur Physio, wo ich dreimal die Woche aktiv bin und mich da mein toller Physiotherapeut begleitet. Und dann werdet ihr noch meine Mom und meinen Hund kennenlernen. Meine Kindheit war sehr schön, ich bin mit meinem großen Bruder aufgewachsen, bis dann vier weitere Geschwister dazu kamen. So die Nachzügler, wir kommen alle gut zurecht. Meine Rolle bei meinen Geschwistern ist eher so die große Schwester, die immer mal wieder aufpasst, mit der man viel Spaß haben kann. Mein Opa, der war Bäckermeister und hatte eine eigene Bäckerei. Das war aber lange, lange vor meiner Zeit. Und irgendwann bin ich dann mit neun auch auf die Idee gekommen, anzufangen. Hab mir Leute Koch- und Backbücher gewünscht und hab dann selber angefangen. Für mich ist Backen so einfach dieses Runterkommen, ja, ist für mich so wie Meditation für andere. Ursprünglich wollte ich tatsächlich Konditorin werden, aber irgendwann hab ich mir das dann noch in den Kopf gehen lassen, hab mich dann eben für einen geregelten Tagesablauf entschieden und hab dann so halt einfach die Ausbildung als Industriekauffrau gemacht und das Backen so eher als Hobby gelassen. Aber ich träum tatsächlich heute noch davon, mein eigenes Kaffee zu haben. Wo ich zum ersten Mal gemerkt hab, dass was nicht stimmt, war in der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht hab. Ich hatte ständig Probleme mit den Augen, war auch da sehr anfällig für eine Grippe und so weiter. Das ging dann eine ganze Zeit lang, bis ich dann irgendwann zum Arzt bin und das abchecken hab lassen mit meinen Augen. Der dann eine Sehnenaufentzündung entdeckt hat und meinte, dass ich zum Neurologen soll. Das hab ich aber in meinem jugendlichen Leichtsinn halt nicht gemacht und hab immer gesagt, das wird schon. Und leider ist es dann halt doch anders gekommen. Da war ich zum Beispiel mit einer Freundin in Berlin und konnte meinen Koffer nicht mehr selber tragen, war nach zwei Stunden fix und fertig und ich dachte immer, das kann nicht sein. Und auch da hab ich mir dann aber noch keine richtigen Gedanken gemacht, weil ich einfach nicht zum Arzt wollte. Und ja, bis dann der Punkt kam, wo halt gar nichts mehr ging. Wir sind hier heute bei meiner Physiopraxis. Hier komm ich dreimal die Woche her. Ja, für mich ist es sehr wichtig, weil es mir einfach immer wieder gut tut. Und ja, ich merk halt doch nach der Behandlung, dass es immer so einen Tick besser ist. Für kurze Zeit zumindest. Ich war am Arbeitsplatz. Es war ein Sommertag und da konnte ich dann nicht mehr aufstehen. Also ich hatte Probleme. Mein ganzer Körper ist schwer geworden und richtig zusammengesackt. Da sind wir dann direkt zum Arzt und ins Krankenhaus. Und da wurde dann zum ersten Mal die Diagnose Multiple Sklerose diagnostiziert. Und so habe ich dann quasi gelebt mit dem Stand, bis meine Lunge angefangen hat zu schmerzen, wo ich nicht mehr so gut Luft bekommen habe, wie wenn man mir ein Kissen vor das Gesicht hält. Und da hatte ich den ganzen Tag so extreme Schmerzen, dass meine Mom dann den Krankenwagen gerufen hat. Und daraufhin bin ich ins Krankenhaus nochmal. Und die haben dann direkt die ALS diagnostiziert. Da sind drei Ärzte rein, nacheinander, wo mir dann gesagt haben, ja hey, du hast ALS. Der Moment, als ich meine Diagnose bekam, war so ungreifbar und so unrealistisch, dass ich es tatsächlich nicht ernst genommen habe, nicht wahrgenommen habe. Ich habe mich von Anfang an nicht angefreundet mit der Krankheit, muss ich ehrlich sagen. Ich leb mit ihr, aber ich möchte gar nicht so viel über die Krankheit wissen. Da tue ich mir einen Gefallen. Und ja, also ich glaube, dass ich es bis heute noch nicht wirklich bearbeitet habe. Ach, jetzt. Ja, jetzt. Jetzt. Ich bin mir ein bisschen ein bisschen ein bisschen abgebaut hat. Dass wir uns jetzt momentan eher ein bisschen auf die Schmerzen konzentrieren und eher Richtung Massage gegangen sind. Und Atemgymnastik auch. Weil das Atemvolumen, die Atemkapazität lässt auch nach. Sie ist jetzt gerade bei 70 Prozent. Meine Hauptsymptome sind die starken Schmerzen und eben die Kraft, die mich verlässt. Phasen, wo es angenehmer oder träglicher ist, gibt es nicht. Es gibt Phasen, wo es halt dann deutlich schlimmer wird. Also es gibt Tage, da komme ich zum Beispiel gar nicht aus dem Bett. Also bei ALS ist es ja so, dass teilweise die Schwerkraft schon zu viel ist für den Körper. Das ist ja bei ihr auch teilweise so. Sie kann zwar noch normal gehen, aber die Gehstrecke ist sehr kurz. Und mit dem Gerät kann sie natürlich, weil sie entlastet ist, deutlich weiter gehen. Sie ist jetzt ja zweieinhalb Jahre da und ich finde, der Verlauf ist bei ihr einigermaßen moderat, milde. Wobei sie natürlich sehr starke Schmerzen hat und die letzten Monate schon ein bisschen abgebaut hat. Aber sie macht es wirklich tapfer, sie lässt sich nicht unterkriegen und ist einfach motiviert, da dran zu bleiben. Sie kämpft für sich und das finde ich ganz toll. Ganz wichtiger Faktor ist natürlich die psychologische Unterstützung. Das Thema allein ist ja schon ein trauriges Thema, sag ich mal. Und da reden wir viel. Sie fragt auch manchmal, hast du schon andere ALS-Patienten gehabt? Da kann ich ein bisschen ihr was erzählen. Das tut ja schon gut, der Austausch. Also der Zeitpunkt nach der Diagnose war kurz schwierig. Ich habe auch direkt das Krankenhaus abgebrochen. Ich bin sonntags nach Mallorca geflogen, habe mir so kurz mal einen Flug gebucht und brauchte zwei Tage Abstand, um alles sacken zu lassen. Da die Ärzte mir eben nur noch zwei Jahre gegeben haben und dann dachte ich, das kann nicht dein Ende sein. Du musst jetzt einfach nach vorne gucken und scheiß auf alles. Mach jetzt das, was du willst. Und dann ist das, was du willst. Ich bin schon sehr glücklich. Ein Wunsch habe ich mir direkt erfüllt, nachdem ich zurück vom Urlaub gekommen bin. Und zwar habe ich mir ein Akita geholt. Und ja, bin da bis heute noch richtig glücklich, weil ich nicht in ein Loch fallen kann, sondern ich muss jeden Tag raus. Die Reaktion in Bezug auf meine Krankheit innerhalb der Familie war sehr unterschiedlich. Meine Mom, die hat sehr getroffen. Das Gleiche ist auch bei meinem Papa so. Da lässt es sich gar nicht anmerken. Meine zwei größeren, kleineren Geschwister, die sind sehr hilfsbereit und unterstützen mich, wo es geht. Und ja, die ganz Kleinen, die wissen nicht wirklich genau, um was es sich handelt. Das wäre auch einfach noch zu früh. Und der Kleine, ja, er sagt immer wieder, hey Jackie, kannst nicht einfach sterben und wieder auf den Weg kommen, dass du einfach wieder gesund bist. Man macht sich Gedanken auch über das Ende der Krankheit, über den Tod. Ich habe tatsächlich mit meinen Eltern meine Beerdigung sozusagen geplant. Sie wissen, was für ein Lied kommen soll. Sie wissen, dass sie alle nicht in Schwarz kommen dürfen. Keine Trauerkleidung und ja, was eben, mein Grabstein und so weiter, würde alles besprochen. Also, wir sind jetzt auf dem Weg zu meiner neuen Wohnung und da treffen wir gleich auf meine Mama. Und ja, meine Mama sieht jetzt die Wohnung zum ersten Mal und für mich ist das eine richtige Premiere. Ich freue mich unendlich. Ja, und bin gespannt. So. Wir sind hier in meinem neuen Eigenheim. Hier ziehe ich bald ein und für mich beginnt hier auch ein neuer Lebensabschnitt, da ich trotz Krankheit einfach alleine hier wohnen kann. Für mich ist die neue Wohnung einfach ein Stück Lebensfreiheit sozusagen und wieder so auf eigenen Füßen zu stehen, komplett auf eigenen Füßen. Und ich lebe tatsächlich im Hier und Jetzt. Mir war es aber wichtig, eben eine barrierefreie Wohnung zu haben. Falls einfach die Krankheit weiter fortschreitet, dass ich trotzdem hier wohnen kann und dass ich hier eben mit Rollstuhl rein und raus kann. Es ist ein Aufzug drin, eine begehbare Dusche. Ja, also es erleichtert mir definitiv den Alltag hier. Freundestechnisch habe ich einige Freunde verloren durch die Krankheit, was ich sehr, sehr schade finde. Ich habe es versucht zu verstehen. Ich meine, man ist schon so ein bisschen Last für alle. Und ich selber mag es ja auch, dass ich einfach nicht mehr so fit bin wie früher und nicht mehr mithalten kann. Aber ja, deswegen sollte man eine Freundschaft einfach nie aufgeben, weil man ist, wie gesagt, immer noch der gleiche Mensch. Und ja, also schwieriges Thema. Meine nächsten Ziele, die ich jetzt noch so habe, sind zum einen der Umzug, der jetzt ansteht. Und dann einfach meine Firma noch ein bisschen größer machen. Nach zwei Jahren krankheitsbedingter Pause mache ich heute beruflich Social Media. Also ich habe eine Social Media Agentur seit Januar. Ich kam auf die Idee tatsächlich, da ich ja selber einen Food- und Mode-Blog habe. Das war dann so mein Ding, wo ich gesagt habe, das ziehe ich jetzt durch. Da ich einfach flexibel arbeiten kann, so wie es mir gut geht. Und ich setze mir auch bewusst immer wieder solche Meilensteine eben, damit ich die erreiche. Und immer sagen kann, hey, guck, ich habe das und das geschafft. Und ich gebe nie auf, ich kämpfe immer weiter. Und ich habe mir immer so Stephen Hawking so vor Augen, der eben 50 Jahre mit der Diagnose gelebt hat. Der auch das Beste draus gemacht hat. Und genau so möchte ich das auch. Also wenn ich allen was mit auf den Weg geben kann, egal ob krank, gesund oder mit betroffen, dann einfach dieses nicht aufgeben. Immer kämpfen, egal wie schwierig die Situation ist und immer das Beste draus ziehen. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare und abonniert den Kanal. Und gerne könnt ihr noch bei 37 Grad vorbeischauen, dort findet ihr noch mehr interessante Menschen.